Läuft ungefähr so, wie ich es vielleicht haben wollte? Hallo, Sharp! Nein! Bitte! Nicht! Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde, die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Okay. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie ihr Erbe. Okay. Das sind die wahrscheinlich hier rumliegen. Bruce, die Biometrie-Sensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit... Es... Es sieht nicht gut aus. Ja, man hat auch schon die Adern gesehen im Gespräch. Ich habe mit unserem alten Freund Wincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce. Tu's für mich. Natürlich, das machen wir jetzt. Aber vorher gucken wir noch, was wir hier so upgraden können. Nein, das mache ich nicht. Ups. Äh, so genau. Free Flow, Power-Ausrüstung. Hm. Was machen wir Schallwetter? Ich glaube, der lockt Leute an, ne? Ja. Natürlich, ähm... Machen wir die Free Flow... Nee, wir machen einfach mal eine Betsy wird mal höher. Hier, eine Kampfpanzer-Version 1. Okay. Okay, und jetzt... Ach da, jetzt muss ich wieder in Arsch der Welt, ne? Ja, gut, wenn... Was sind das denn hier? Mega-Rädler-Rätsel? Und das hier ist ein Rädler-Geisel. Okay, gehen wir mal da hin. Liegt hier am Grund auf dem Weg. Auf dem Weg, auf dem Weg. Auf dem natürlich. Ähm... Ne. Was ist das hier? Oh, cool. Hey. Hey, Batman, hörst... Hey, Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche an eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wir haben uns in der Iceberg-Lounge verschanzt. Komm mal vorbei, dann zeigen wir's dir. Das ist hier mal richtig cool. Ich kriege mir direkt eine verbesserte Ausrüstung. Ich liebe es, Ausrüstung zu verbessern. Und ich werde... Nee, ich habe ein SMS bekommen. Ignorieren wir das. Was war das? Ja, keine Ahnung, was das war. Ich flieg einfach rum. Tja, das heißt es dann wohl. Wir ignorieren die. Und irgendwie lädt mein... Typ hier immer noch auf. Ist auch so. Keine Ahnung, was gerade läuft. Die Kerle da... Das ist Batman! 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 Hau nicht jemand daneben, Batman! Warte, wie war das nochmal? Warte mal. Einmal B und dann zweimal A, ne? Genau. Zeit für die Rente! B, zweimal A. Bin ich mit dir fertig? Erkennt dich nicht mal mehr, deine Mama! Ach, lass doch den Scheiß! Mann, die Nerven! Mit dem Schild an mir, die kann man nicht viel machen. Was willst du tun, Batman? Mann! Nächster, da weiche ich mal eben raus. Ach Mist, da habe ich die Kombo versaut. Töte dich, Batman! Mann! Okay, ich habe verheiratet, ich habe vergessen, hier gegen Schilderkämpft wirklich. Ähm, wir kommen uns davon um die anderen ohne Schilder. Hm. Warum ist der auch hingefallen? Der habe ich gar nicht getreten. Bin ich mit dir fertig, erkennt dich deine Mutter nicht wieder. Ja, meine Mutter, meine Mutter. Seid mal von meiner Mutter, meine Mutter wollte, verstehe ich nicht. Okay, ich kriege gerade vor auf die Fresse, jäckig. War richtig. Na toll, okay. Hat sich irgendwie gelohnt? Sag mir, was ich wissen will, sonst werde ich dir wehtun. Bitte, tu mir nichts, ich rede! Dafür nicht tust du das. Also das Schwierige ist ja nicht das Kämpfen, sondern einfach das Schwierige kämpfen, um dabei bestimmte Gegner nicht angreifen zu können oder zu wollen. Ich konnte keine finden. Bitte, ich gehe zurück und werde weitersuchen. Ja, das wirst du. Sieh zu, da ist du von hier. Oh, du bist jetzt. Die Tür ist auf, Mann. Komm rein. Ich brauche meine Medikamente. Ohne sie werde ich wütend. Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich nur deshalb meinen Frust an Würmern wie dir auslasse. Ja gut, dann helfen wir danach mal dem Wurm. Aber vorher machen wir hier was. Ähm, in Batman gab es, glaube ich, keine Themenvorschläge für mich. Ähm, ich glaube, über Gronkh habe ich schon beim ScanRatsplay geredet. Du bist zurück? Cool. Schätze, du hast den Funk gehört. Ja. Habe ich. Was haben sie entdeckt? Das. Tom da drüben glaubt, dass er etwas mit Minen zu tun hat. Er war beim Bombenräumkommando. Dachte, du könntest das brauchen. Minen. Ich sehe es mir auch. Cool. Okay, natürlich. War ganz cool. Womit schützt man sich, wenn es Kugeln hagelt? Ich schätze mal, er wird nach dem Regenschirm gesucht. Sonst wäre das Ganze zu offensichtlich. Nur wo gibt es hier irgendetwas? Nee, hier gibt es wohl nichts Wirkliches. Ich wohne jetzt so, unabhängig lange suchen wollte. Nee, ich sehe nicht. Ich sehe zumindest jetzt hier auf die Schnelle nichts. Das werde ich vielleicht ein andern Mal machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Aber in Batman gucken hier eh nicht viele. Aber trotzdem, die wenigen, die es gucken, möchte ich doch gut unterhalten. Na gut, anscheinend finde ich hier nichts. Wieder raus und dem Typ Wurm helfen. Ich finde das Kampfsystem von Batman eigentlich genial gemacht. Es ist sehr einfach gehalten, aber man kann doch viel bewirken. Es gibt ja meist so unglaublich komplizierte Kampfsysteme, die man gar nicht vernünftig steuern kann. Oder auch einfache, die einfach sind. Ja, also die wirklich keinen Sinn haben. Aber warum blieb ich da so lange? Blieb ich da stürzt nicht ab. Okay, das sieht nicht gut aus. Kurzzeitig dreht sich das Batman-Symbol unten rechts noch weiter. Ich würde hier einen Cut setzen und nochmal eine Minute erwarten. Ah, Glück gehabt. Ging doch schnell. Ich musste hier keinen Cut setzen. Okay, hoch hier. Da trug sich ein Unendern scheint, ne? Was machst du, Pets? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich die Dinger von hier aktivieren soll. Nee, die habe ich echt nicht. Okay, dann wieder mal hier hoch. Und helfen wir den Wurm. Hätte ja schon genug gejammert. Ja, hier, wir helfen dir. Ich frage mich, was es bringt, das alles zu machen. Ich dachte, dass er mich umlegen würde. Danke. Das bringt einiges an die P, ne? Das ist schon mal etwas. Vielleicht war die Rühla-Trophäe hier versteckt? Nee, die haben wir schon gefunden, die war unten irgendwo. Nee, eine Titan-Mission möchte ich jetzt nicht machen, aber wir wollten hier das Riddler-Riddler-Riddler-Opferbefein. Es gibt hier echt viel, was man noch neben den Missionen machen kann. Ich habe das Spiel bis jetzt zu 22% durch. Inzwischen dürfte es den G25 sein, schätze ich. Aber das heißt nicht, dass du sie isst. Ich dachte, Blackgate sei schlimm. Hier ist es viel schlimmer. Okay, Moment mal. Was war das denn hier? Ähm. Willkommen in Arkham City. Eine Freakshow mit den Ausmaßen einer Stadt. Okay, ich gehe mal hier runter. Ne, anscheinend war es nicht, dass nach wo nachgesucht wird. Wie ist die Luft da oben, Feigling? Was wollt ihr von mir? Komm runter und kämpft, Batman! Akkelkamera in Sektor 1 verloren. Halt da oben, solange du willst. Ich trete dir trotzdem in den Arsch. Hättest du wohl gerne. Da dürfen prügelt sich jemand. Genau, wir haben, glaube ich, jetzt die... Ne, die Freefly Power Source habe ich nicht gekauft, ne? Stimmt, die wollte ich nicht. Suchmöglichkeiten? Vorsicht! Spät, man ist hier! Okay, einfach mal schnell dahin. Wir kommen ja jetzt mit dieser coolen Sturzerweiterung verdammt schnell vorwärts. Und ich frage mich, was diese Tipps immer auf dem Bildschirm sollen. Meistens bringen wir ja was. Warum soll ich mich jetzt hier stürzen wollen? Äh, ich glaube, wir sind da. Ja, komm. Bewege dich in Zeitlupe. Nein, von dir möchte ich doch nichts. Mann. Hier mache ich das es am besten. Wir haben Batman identifiziert. Er greift mehrere Insassen an. Kann ich hier jetzt nicht verhören? Ach, da lebt immer noch, der Sack. Du kannst das hier mit oder ohne Schmerzen hinter dich bringen. Bitte tu mir nichts. Ich werde dir alles sagen. Das war mir klar. Okay, ich werde angerufen. Ich unterbreche mal hier kurz. Bis gleich. Okay. Da bin ich wieder. Ich werde in 20 Minuten erst mal wieder eine Unterbrechung machen, weil es nicht mehr eine Pizza fertig ist. Aber gerade frage ich mich, welche Pizza, bitteschön, 20 Minuten im Ofen ist. Doch, hierhin wohl. Wohin? Hm. Man scheint hier rein. Und? Hä? Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer. Gleich nach oben. Stehen anscheinend direkt drauf, aber hin müssen, ne? Geh nochmal hierhin. Ne, wir sind jetzt genau da, ne? Hier war der Riddler-Geisel. Die ist genau bei der Riddler-Troffi. Aber wo zur Hölle soll die hin? So. Kriegen wir einen Eingang. Black. Canary. Hm. Wo zur Hölle wir auch immer hin müssen. Vielleicht müssen wir vorher dieses Rätsel lösen. Ne? Vielleicht hier müssen wir mit Explosionsgel. Ah, nein. Viel besser. Das Ding wird gesteuert. Und zwar von... Was ist denn da so eine Spitze da oben? Wir sollen vielleicht auch mal hingehen. Sag mal hier nach. Ach, meine Güte. Wo ist denn das? Wie, Fünfter? Würde mich jetzt wundern. Ne, ist eine hier. Och, nein. Ernsthaft? Hat sich da fallen. Och, Batman. Na gut, dann machen wir es so. Irgendeine Flugsteuerung. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Ähm. Nee, oder? Ach, komm. Okay. Und jetzt ganz langsam darauf zu fliegen. Natürlich. So wollte ich das auch. Ähm.